Diesen Beitrag präsentieren die niederösterreichischen Umweltverbände. Batterien enthalten chemische Inhaltsstoffe, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen. Gleiches gilt für Spraydosen, Farben, Lacke oder Medikamente. In den Sammelzentren des Abfallverbandes Baden werden all diese Problemstoffe daher von geschulten Mitarbeitern in Empfang genommen, in abgeschlossenen Räumen gelagert und erst nach sorgfältiger Trennung dem Recycling zugeführt. Gefährlich werden sie dadurch, dass sie in den Müllfahrzeugen, wenn sie im Restmüll eingebracht werden, durch die Verpressung anders beansprucht werden, mechanisch beansprucht werden. Wenn man Lithium-Ionen-Batterien hernimmt, dann kann das durchaus vorkommen, dass die durch die mechanische Pressung einfach explodieren, sie schneller wärmen, es kommt zu Brandereignissen. Und darüber hinaus stellt die unsachgemäße Entsorgung etwa bei Elektrogeräten eine Verschwendung von Rohstoffen dar. Mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen in den Schulen will man bereits Kindern klar machen, dass sich das Recycling von Altgeräten jedenfalls lohnt. Weil sie Stoffe enthalten, die teilweise leitfähige Materialien, seltene Materialien, die wir nur einmal haben auf unserer Erde und wo man was wegnimmt, dann fehlt etwas. Und auch dieses Bewusstsein ist wichtig, dass die Kinder lernen und die Schüler. Aber auch bei den Erwachsenen ist noch viel Aufklärungsarbeit notwendig. Daher geben die Experten des Abfallverbandes Baden bei regelmäßigen Schulungen ihr Wissen an die Mitarbeiter der 30 Mitgliedsgemeinden weiter. Der Bürger kommt aufs Sammelzentrum, hat viele Fragen, warum er trennen soll, wie er trennen soll. Und das ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter auf den Sammelzentren wissen, was sie ihm antworten sollen, dass sie geschult sind, dass sie auch die Hintergrundinformationen kennen. Und vor allem bei Problemstoffen ist es auch wichtig, über alle Risiken Bescheid zu wissen. So kann der Versuch, einen Ölbrand mit Wasser zu löschen, fatale Folgen nach sich ziehen. Daher legt man bei den Schulungen großen Wert auf praktische Übungen, damit die Gefahr im Ernstfall rasch gebannt werden kann. Diesen Beitrag präsentierten die niederösterreichischen Umweltverbände.